In diesem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Langenfeld sind am Freitagmorgen bei einem Wohnungsbrand zwei Erwachsene und zwei Kinder ums Leben gekommen. Der Brand war im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Als die Retter gegen 7 Uhr vor Ort eintrafen, konnten sie das Feuer zwar schnell löschen, für die Familie, die in der betroffenen Wohnung gewohnt hatte, kam aber jede Hilfe zu spät. Ein 33 und 34 Jahre altes Ehepaar und ihre 5 und 1 Jahre alten Kinder konnten nicht mehr gerettet werden. Möglicherweise handele es sich um eine Familientragödie, sagte der Sprecher der Kreispolizei Mettmann, Frank Sobotar. Aufgrund der Gesamtumstände des Auffindens können wir zurzeit nicht ausschließen, dass hier zumindest für den Tod einiger dieser Personen ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist. Die Ermittlungen hat deshalb eine Mordkommission aus Düsseldorf übernommen, die jetzt auch noch im Begriff ist, die Talortarbeiten durchzuführen. Die Ermittlungen zur Todesursache der Familienmitglieder laufen. Die übrigen Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017